Musik Wir sind fünf Freunde. Wir sind einmal hintereinander aus einem Haus gekommen. Seitdem leben wir zusammen. Es wäre ein friedliches Leben, wenn sich nicht immerfort ein Sechster einmischen würde. 25. September. Ich sitze in meinem Zimmer im Hauptquartier des Lärms. Alle Türen höre ich schlagen. Von einem gewissen Punkt an gibt es keine Rückkehr mehr. Dieser Punkt ist zu erreichen. Und nun zum Wetter. Kalt wird es oder ist die Kälte in dir?